Sie haben wahres Talent. Ich möchte, dass wir stolz auf Sie sein können. Nächste Woche sind 21.000 Dollar Studiengebühren fällig. So ist das Leben, Mr. First. Ich spiele Richie First, einen Typen, der dem Online-Glücksspiel verfällt. Du willst die Gebühren beim Glücksspiel gewinnen? Ich verliere mein ganzes Geld und finde heraus, dass ein Algorithmus des Programms die Spieler betrügt. Meine einzige Option ist es, nach Costa Rica zu gehen. Hast du eine Ahnung, wie verrückt das ist? Das ist meine letzte Chance. Anstatt alles auffliegen zu lassen, wende ich mich an Ivan Block, gespielt von Ben. Ich wurde auf ihrer Website Midnight Black betrogen. Ich hätte in Internetforen gehen können, aber das habe ich nicht. Ich komme damit zu Ihnen. Das Internet-Glücksspiel setzt jährlich 35 Milliarden Dollar um. Es existiert weltweit, von Dubai bis Costa Rica, wo US-Gesetze umgangen werden. Aber das Haus immer gewinnt. Diese Geldquelle in Costa Rica hat verrückte Auswirkungen. Es zieht all die Mädchen, die Spieler und Gauner an. Und er ist mittendrin. So wird er in all das hineingezogen. Das war's dann. Es sei denn, du hast Lust, es in der echten Geschäftswelt zu versuchen. Ich würde sagen, Ritchie versucht am falschen Ort, alles richtig zu machen. Und das ist mein Dank an dich. Hast du Bock drauf? Bin dabei. Block versucht, Ritchie zu manipulieren, damit der nicht gegen gewisse Dinge protestiert, die er sieht. Was soll man machen? Ist das FBI jetzt unter die Kidnapper gegangen? Ich mache, was immer ich will. Und Sie sind ab jetzt mein Spitzel. Dieses Leben bietet viele Versuchungen. Und je mehr du in die Geschichte eintauchst, desto düsterer wird sie. Sie haben 48 Stunden, um mir alles über Block zu besorgen. Sie sagen, Sie können mich beschützen. Sie können ja nicht mehr den einzigen Vermandten beschützen, den Sie hatten. Weil ich fest an mich glaube. Du hast mich da voll reinlaufen lassen, Ivan. Wenn du einen ungefährlichen Job willst, dann gehst du am besten zur Post. Wenn du ein reines Gewissen willst, geh in die Kirche. Aber wenn du eine eigene Insel willst und dein Boss sagt, geh los und lass dich verprügeln. Gehst du los, machst es, kommst zurück zur Arbeit und sagst, soll ich nochmal hingehen? Runner, Runner. Die leise Stimme, die du da hinten in deinem Kopf hörst, das ist nicht dein Gewissen. Das ist Angst. Ab 17. Oktober im Kino.